Nach der kurzen Pause wollen wir jetzt versuchen, den Wirkungsgrad des Otto-Motors zu bestimmen. Eigentlich müssen wir erstens eruieren, wie viel wertvolle mechanische Arbeit effektiv diese Maschine, das heißt diese Wärmekrachtmaschine, bekannt als Otto-Motor, verrichtet. Wir wissen von einem phänomenologischen Standpunkt aus, ganz qualitativ, dass die Fläche eingerahmt bei dem Kreisprozess, bei dem geschlossenen Zyklus in PV-Phase-Diagramm entspricht der effektiven verrichteten Arbeit dieses Motors. Aber hauptsächlich müssen wir jetzt dies analytisch erreichen. Wir haben schon im ersten Teil der Aufgabe die Zustandsvariable bei allen Punkten des Kreisprozesses bestimmt. Übrigens die numerische Auswertung überlasse ich Ihnen. Und wir sollen jetzt versuchen zu eruieren, was für eine effektive Menge von Arbeit sowie von Wärme in diesem Otto-Motor, in dieser Wärmekrachtmaschine ausgetauscht werden. Und ich möchte hier die ähnliche Überlegung entwickeln, die wir eigentlich bei der allgemeinen Behandlung von Wärmekrachtmaschinen in der Vorlesung eingeführt hatten. Und zwar, ich möchte eigentlich bei dem Kreisprozess, bei dem thermodynamischen Zyklus, die Variation der inneren Energie berechnen. Und zwar erstens, wenn wir von Punkt 1 starten bis Punkt 3 und dann die Variation der inneren Energie, wenn wir von Punkt 3 zurück auf Punkt 1 zurückkehren. Und zwar, ich möchte hier die Aussage des ersten Absatzes der Thermodynamik verwenden. Wir wissen, dass die Variation der inneren Energie ist gleich der Summe der Variationen der effektiven Arbeitsmenge und Wärmemenge, die tatsächlich im thermodynamischen Prozess ausgetauscht werden. explizit, wir können erstens schreiben, die Variation der inneren Energie beim Prozess 1 bis 3. Das heißt, wir bei diesem thermodynamischen Zyklus folgen wir diese zwei Prozesse, diese Reihenfolge von adiabatisch und dann isochore Prozess. Wir können erstens berechnen die Variation der inneren Energie zwischen 1 und 2. Wir wissen, dass mein Prozess adiabatisch ist. Das heißt, zwischen 1 und 2 gibt es keine Wärmemenge Delta Q, die ausgetauscht wird. Was übrig bleibt, ist nur die Variation der werfvollen mechanischen Arbeit, als Folge hier von einer Kompression. Das kann ich ebenso bezeichnen als Variation der mechanischen Arbeit zwischen 1 und 2. Und dann muss ich die Variation der inneren Energie zwischen Punkt 2 und 3. Hier wissen wir, dass bei diesem isochoren Prozess keine werfvolle mechanische Arbeit ausgetauscht werden kann, weil es gibt keine Variation des Volumens. Das heißt, was noch übrig bleibt, ist eine mögliche Variation der Wärmemenge Delta Q, die effektiv zwischen beiden Punkten ausgetauscht werden kann. Und es gibt tatsächlich eine Wärmemenge Delta Q, die zugeführt wird, um eben auch eine Temperaturerhöhung zu ermöglichen, weil mein Gas als Arbeitsmedium geht, wie wir bereits berechnet haben, von einer Temperatur T2 auf eine Temperatur T3. Das heißt, zwischen 2 und 3 haben wir mit einer Wärmemenge Delta Q zu tun. Ich kann etwas Ähnliches jetzt schreiben für die Variation der inneren Energie, wenn wir auf dem Rückweg von 3 zu 4 auf 1 zurückkehren. Das heißt, ich kann ähnlich berechnen die Variation der inneren Energie von 3 bis 1. Nochmals, zwischen 3 und 4, weil mein thermodynamischer Prozess adiabatisch ist, gibt es nur eine mechanische Arbeit, die effektiv im Spiel ist. Ist die mechanische Arbeit verknüpft mit der Ausdehnung des Gases. Wir haben hier eine effektive Variation der mechanischen Arbeit zwischen 3 und 4. Dazu gibt es noch die Variation der inneren Energie zwischen Punkt 4 und 1. Weil mein thermodynamischer Prozess isochor ist, das heißt, keine Variation des Volumens möglich ist, bedeutet, dass zwischen 4 und 1 gibt es auch keine effektive Arbeitsmenge, die verrichtet werden kann oder sich entwickeln kann im thermodynamischen Prozess. Aber es gibt eine Wärmemenge Delta Q, nennen wir dies Delta Q 4, 1, die tatsächlich ausgetauscht werden muss, um eben auch einen Sprung in der Temperatur zu ermöglichen. Das heißt, damit mein Gas, mein Arbeitsmedium, von der Temperatur T4 auf die Temperatur T1 wieder landet. Das heißt, hier gibt es dann eine Situation, wo eine Wärmemenge Delta Q vom Gas abgeführt ist. Wir können diese Schreibweise noch ein bisschen präzisieren, um eben die physikalische Bedeutung von Arbeitsmenge und Wärmemenge, die tatsächlich ausgetauscht werden, zu präzisieren und genauer zu definieren. Und ich benutze hier folgende Schreibweise. Das heißt, bei dieser Arbeitsmenge 1 bis 2, handelt es sich um eine Arbeit, die eine Kompression ermöglicht. Das heißt, diese Arbeit ist tatsächlich am Gas zugeführt und wir können dies zum Beispiel symbolisch mit so einem Pfeil definieren. Es bedeutet, dass diese Arbeitsmenge wird am Gas geliefert. Diese Wärmemenge Delta Q 2, 3 ist auch eine zugeführte Wärmemenge, wie ich bereits gesagt habe, um diese Erhöhung auch der Temperatur zwischen T2 und T3 zu ermöglichen. Wenn wir jetzt hier diese thermodynamischen Prozesse anschauen, zwischen 3 und 4 und dann 1, können wir sagen, dass zwischen 3 und 4, bei diesem adiabatischen Prozess, gibt es eigentlich eine Ausdehnung des Gases. Das heißt, mein Arbeitsmedium wird Arbeit verrichten und das können wir mit einem Pfeil in der anderen Richtung bezeichnen. Und wie ich bereits angedeutet habe, zwischen 4 und 1 gibt es keine mechanische Arbeit, aber eben um einen Sprung sozusagen in der Temperatur zu ermöglichen, von T4 zurück auf T1, wird dann eine Wärmemenge Delta Q 4, 1 vom Gas abgeführt. Und das können wir auch so definieren. Wir haben in der Vorlesung eine Vorzeichenkonvention eingeführt, und zwar, wenn die Übertragungsform der Energie, das heißt Arbeit oder Wärme, positiv definiert ist, bedeutet, dass diese Übertragungsformen der Energie am Gas zugeführt werden. Wenn diese Übertragungsformen der Energien negativ sind, bedeutet, dass mein Gas als Arbeitsmedium Arbeit verrichtet oder eventuell von diesem Gas Wärme abgeführt ist. Auf jeden Fall, das Vorzeichen ist dann implizit in dieser Schreibweise enthalten. Jetzt aber können wir, genauso gleich wie in der Vorlesung, können wir berechnen, die totale Variation der inneren Energie bei dem gesamten thermodynamischen Zyklus. Das heißt, wir können berechnen, die totale Variation der inneren Energie zwischen 1 bis 3 und zurück auf 1. Und selbstverständlich, im idealen Fall, diese totale Variation muss 0 sein, weil wir starten von Punkt 1 und durch eine sogenannte Wanderung im PV-Diagramm kehren wir am gleichen Ort zurück. Die totale Variation der inneren Energie auf dem gesamten thermodynamischen Zyklus muss 0 sein. Aber dies ist gleich dW von 1 bis 2 plus dW von 3 bis 4. Diese sind die effektive ausgetauschte Arbeitsmenge als Übertragungsform der Energie. und dazu noch plus Delta Q 2 bis 3 plus Delta Q 4 bis 1. Und jetzt, was wir sehen, wir können definieren, dies als effektive Arbeitsmenge, die tatsächlich meine Wärmekrachmaschine, hier als Otto-Motor bekannt, liefert und zur Verfügung stellt. Und dies ist die totale effektive ausgetauschte Wärmemenge Delta Q. Das heißt, wie wir in der Vorlesung gesagt haben, Delta W muss dann gleich minus Delta Q sein. Und das ist gerade, was wir auch schematisch bei der Diskussion der Wärmekrachmaschine gesagt haben. Es fließt eine Wärmemenge in der Maschine hinein, das heißt, wird Wärme zugeführt. Ein Teil davon wird in effektive Arbeitsmenge Delta W umgewandelt, wertvolle mechanische Arbeit, und was übrig bleibt, fließt dann raus und wird vom Arbeitsmedium abgeführt und fließt weiter im Wärmebad. Das ist eigentlich die Bedeutung von dieser Rechnung. Und, wie bereits gesagt wurde, diese effektive verrichtete Arbeit, wertvolle mechanische Arbeit, die wir benutzen können, entspricht grafisch der Fläche eingerahmt bei dem thermodynamischen Zyklus. Und jetzt können wir dies konkret berechnen. Und ich betrachte hier einfachheitsalber die positive Größe, das heißt, ich definiere jetzt meine effektive Arbeit als positive Größe, und ich kann schreiben, das Betrag von dv ist jetzt gleich tatsächlich diese effektive ausgetauschte Wärmemenge Delta Q. Aber dies können wir jetzt explizit schreiben, weil wir wissen, dass diese ausgetauschte Wärmemenge haben mit isochore Prozesse zu tun. Zwischen 2 und 3 wird eine Wärmemenge zugeführt und zwischen 4 und 1 wird eine Wärmemenge abgeführt. Aber dies ist allgemein gleich Stoffmenge mal spezifische Wärme bei konstantem Volumen mal jeweilige Temperaturvariationen. Das heißt, zwischen 2 und 3 muss ich hier schreiben d3 minus d2 und dann dazu muss ich noch schreiben d1 minus d4. und ich habe bereits meine Arbeit, meine effektive verrichtete mechanische Arbeit berechnen. Hier gibt es noch ein kleines Trick zu betrachten, und zwar in der Fragestellung, ist die Stoffmenge sowie die spezifische Wärme bei konstantem Volumen nicht explizit definiert. Aber wir wissen, dass wir mit einem Arbeitsmedium zu tun haben, dass das ideale Gasgesetz erfolgt. Das heißt, was wir jetzt schreiben können, ist, dass Stoffmenge mal spezifische Wärme beim konstanten Volumen ist auch gleich wegen des idealen Gasgesetzes P1 zum Beispiel mal V1 gedeiht durch T1. Übrigens, vom ersten Punkt kennen wir sämtliche Zustandsvariable, aber das könnten wir für alle anderen Punkte ausschreiben, aufgrund der Diskussion in der Fragestellung A. das multipliziert dann noch Cv gedeiht durch die allgemeine Gaskonstante. Das ist die Definition der Stoffmenge nach dem idealen Gasgesetz, und dann haben wir noch Cv. Aber jetzt wissen wir auch, dass eine Umformung möglich ist, das ist dann P1 V1 gedeiht durch T1, und das ist gleich Cv, aber wir wissen, dass die allgemeine Gaskonstante auch definiert ist als Cp minus Cv. Und jetzt, ich kann Zähler und Nenner durch Cv dividieren, damit habe ich jetzt wieder eine Bekannte der Aufgabe zur Verfügung, nämlich das Adiabatenkoeffizient oder Exponent. Das heißt, Stoffmenge mal spezifische Wärme bei konstanten Volumen ist auch gleich P1 mal V1 gedeiht durch T1, sämtliche Variablen sind bekannt, mal 1 über Gamma minus 1, das ist auch eben bekannt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, numerisch wirklich diese effektive Menge von wehrvolle, verrichtete mechanische Arbeit zu berechnen. Und jetzt können wir den Wirkungsgrad des Otto-Motors berechnen und somit die Teilfrage C der Aufgabe beantworten. Von einem allgemeinen Standpunkt aus, der Wirkungsgrad ist definiert als Verhältnis zwischen die sogenannte wehrvolle, effektive mechanische Arbeit, die die Maschine verrichtet, und die zugeführte Wärmemenge Delta-Q, die in der Maschine eingesteckt wurde. Der Wirkungsgrad ist eine Größe, die sozusagen die Effizienz des Motors beschreibt. Jetzt diese effektive Arbeitsmenge, die die Maschine verrichtet, entspricht der Größe, die wir hier vorher eigentlich berechnet haben. Und grafisch ist dargestellt, durch diese rote Fläche eingerammt, bei dem geschlossenen thermodynamischen Weg, das heißt bei dem Kreisprozess im PV-Phase-Diagramm. Die zugeführte Wärme ist die Wärme, die in eine Maschine fließt und zum Teil, wie wir vorher bereits erwähnt haben, wird in wehrvolle Arbeit umgewandelt. Eine Restmenge von dieser zugeführten Wärme muss aber weiter fließen im Wärmereservoir bei einer tieferen Temperatur. Und dies ist eigentlich notwendig, damit mein Zyklus sich schließen kann und die Maschine eigentlich von vornherein und somit periodisch wehrvolle mechanische Arbeit effektiv verrichten kann. Dies entspricht dem zweiten Absatz der Thermodynamik. Das heißt, es ist nicht möglich, die gesamte zugeführte Wärmemenge in wehrvolle mechanische Arbeit umzuwandeln. Die Konsequenz davon ist, dass der Wirkungsgrad immer kleiner als 1 ist. Jetzt in unserer Situation, diese Menge von Arbeit haben wir, wie gesagt, in der Frage B bereits berechnet. Und in unserem Automotor die zugeführte Wärmemenge entspricht eigentlich der Wärmemenge, zugeführt in der Wärmekrammaschine, zwischen Punkte 2 und 3. Das heißt, die Wärmemenge, die auch notwendig war, um eine Temperatureröhung von T2 auf T3 zu ermöglichen. Damit haben wir schlussendlich in unserer konkreten Situation Delta Q2,3. Und auch diese Wärmemenge haben wir bereits berechnet im vorherigen Schritt. Die numerische Auswertung gibt mir einen Wert von 0,56, relativ hoch, aber es handelt sich hier um eine sehr ideale Situation, das heißt ohne Energieverluste jeglicher Art. Dies war eine interessante Übung, um die wesentlichen Konzepte der Thermodynamik im Zusammenhang mit Wärmekraftmaschinen anzuwenden. Ich freue mich auf die nächste Videoübungen mit Ihnen. es ist,